Ja, moin sind meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zu einem weiteren Clash of Clans Video auf meinem Kanal Matze, denn es gab ja jetzt schon etwas länger kein normales Video mehr. Ich werde versuchen in Zukunft auch wieder ein bisschen regelmäßiger die normalen Clash of Clans Videos rauszuhauen, sodass ich zumindest alle zwei bis drei Tage eins kommt oder eins raushaue. Ähm, denn aktuell ist es so, ich glaube ich hatte jetzt das letzte Video am, warte, lass mich lügen, lass mich lügen, lass mich lügen, das letzte Video kam am, ich gucke mal eben kurz nach, 29.11., das heißt es ist eigentlich viel länger als es bei mir dauern sollte, bis das nächste Video kommt. Also fast eine Woche hat es gedauert oder genau eine Woche hat es gedauert und äh ja, das soll auf jeden Fall wieder regelmäßiger werden. Klar, es gibt immer mal Zeiten, wo weniger ist, ich denke zum Beispiel jetzt in den Weihnachtsferien, da wird es bei mir nochmal richtig abgehen, da werde ich nochmal richtig Gas geben, allgemein, was alle Projekte angeht. Und außerdem habe ich zur Zeit, äh, wieder Lust irgendwie bekommen auf Overwatch, ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, aber ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Kennt ihr das Spiel? Wenn ja, wie findet ihr es? Ähm, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich will da zumindest nochmal ein bisschen zocken. Ähm, Fortnite hat mir wieder so ein bisschen Lust auf Shooter gemacht, allgemein. Und ich habe auch nochmal Lust ein bisschen Overwatch zu zocken. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht werde ich das auch nur ein, zwei Mal streamen und das war es dann auch schon wieder. Es geht da eher darum, dass ich da gerade Bock drauf habe und deswegen will ich das einfach mal machen. Und, äh, ja, genau. Was ich halt einfach nur sagen wollte, ist, dass, ähm, von den ganz normalen Clash of Clans Videos, da möchte ich auf jeden Fall versuchen, alle zwei bis drei Tage auf jeden Fall ein Video hochzuladen. Ähm, wird zwar nicht immer klappen, aber verzeiht es mir, ich mache halt so viel. FIFA kommt auf jeden Fall jeden Tag. Bei FIFA ist es einfacher, FIFA kann ich vorproduzieren. Bei, äh, bei Clash of Clans versuche ich schon so, dass die Videos aktuell sind, dass es halt irgendwie, dass man halt den Prozess sieht, wie meine Base vorankommt, was als nächstes passiert, was aktuell passiert. Zum Beispiel wollte ich heute nochmal zeigen, hier, ich habe ja gestern Live-CK gezeigt, aber ein Live-CK gab es gestern, ne? Also nicht, in Streams sind ja zwischendrin immer mal wieder trotzdem dabei gewesen. Ich glaube, jetzt zwischen den beiden, äh, zwischen dem letzten Video und heute liegen zumindest zwei Streams, ähm, von Clash of Clans. Und, ja, hier haben wir, äh, haben wir leider verloren. Äh, wir hatten eine Siegesserie von sechs Siegen, glaube ich. Jetzt haben wir 128 zu 135. Wir haben leider knapp, relativ knapp verloren. Aber ich finde, es war trotzdem ein starker CK, ganz ehrlich. Also, 128, äh, Sterne muss man erstmal holen gegen ein 50er-Clan. Ähm, das muss man erstmal machen. Weil der gegnerische Clan war auch sehr, sehr stark. Also, die haben auch alle angegriffen, die haben wirklich ihre Angriffe aktiv genutzt. Jo, kann man nicht meckern. Naja, so ist es. Im Endeffekt, äh, wahrscheinlich hätte man ein bisschen mehr Glück gehabt, hätte das vielleicht auch was werden können. Ähm, lief halt nicht, bei dem einen oder anderen nicht ganz so gut. Und von dem her kein Problem. Ja, meine Base sieht wie folgt aus. Ich habe jetzt hier in der Mitte tatsächlich schon, äh, den, äh, kompletten Kreis um meine Hauptbase geschafft. Mit Level 10er-Mauern. Da komme ich auch ganz gut voran. Der letzte Level 6er Tesla ist fertig. Somit habe ich jetzt alles auf, äh, einem Niveau, ne. Die, die eine Bungenschützentum, der dazu gekommen ist, habe ich ja auch mittlerweile schon auf 10. Dann sind wir aktuell dabei die Kanonen. Äh, nur noch die letzten zwei Kanonen, die jetzt auf Stufe 11 gebracht werden. Dann habe ich alle Kanonen schon mal auf 11. Das wird optisch auf jeden Fall meiner Base nochmal ganz gut tun, weil die goldenen haben da nicht mehr so reingepasst. Danach sind die Bogenschützentürme dran. Ja, der erste dunkle Bohrer ist auf Maxed, also auf Level 6. Der zweite braucht noch einen Tag und zwölf Stunden. Dann haben wir den auch Maxed. Und das ist sogar tatsächlich Maxed. Das geht überhaupt nicht mehr höher, auch, äh, wenn ich jetzt ein höheres Rathaus hätte. Das war's schon mit dem Bohrern. Ähm, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass da noch mehr geht. Aber nö, das war's schon. Ja, und was steht sonst noch so an? Ja, sonst gibt's eigentlich hier drüben nix Besonderes. Der King braucht noch einen Tag und 15 Stunden. Ich sammle gerade noch fleißig, damit ich die Queen danach wieder höher bringen kann. Dunkles Alex hier. Aber das war jetzt ein bisschen schwieriger, dadurch, dass der Bohrer, äh, oder die beiden Bohrer im Ausbau waren. Da gut voranzukommen. Ja, hier drüben, äh, baue ich aktuell das Goldlager aus, damit ich danach die Riesenkanone auf zwei bringen kann. Was nur einen Tag dauert und die Riesenkanone ist einfach mal heftig. Ihr wisst, ne, ihr wisst, was ich meine bestimmt. Und von dem her möchte ich die auf jeden Fall nochmal höher bringen. Und danach soll die Luftabwehr nochmal, weil die brauchen alle nur, auch nur einen Tag. Und kosten gerade mal 1,2 Millionen. Die möchte ich danach auch nochmal alle eine Stufe höher bringen. Mein Multimerser ist auf Stufe 6 gekommen. Ja, war eine schwierige Zeit zwischendrin. Ich hab mich zwar mit den Pokis gehalten, aber der Multimerser und der Brutzler sind einfach die beiden wichtigsten Gebäude. Und das merkt man, wenn die im Ausbau sind. Dann läuft das nicht mehr so rund. Dann läuft das nicht mehr so rund. Mir graut's auch schon vor dem nächsten Ausbau, weil der nächste Ausbau sogar vier, 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 vier Tage dauern soll. Oh, vier Tage, Mann. Vier Tage ohne den Brutzler. Und dann musst du trotzdem fighten, weil du ja den, den, die Beute nicht verstreichen lassen willst. Von zwei Tagen. Und dann hast du den, da den Salat. Ja, und wenn ich die Luftabwehr endlich auf der nächsten Stufe hab, dann muss danach unbedingt endlich die Kampfmaschine herangenommen werden. Wahrscheinlich werde ich versuchen, zumindest vorher noch die Barbaren auf 14 zu bringen. Weil das bei denen nochmal richtig was bringt. Und dann werde ich den, die Kampfmaschine pushen. Pushen, pushen, pushen. Die will ich auf jeden Fall auf 10 haben, bevor das nächste MH8 Update kommt. Wobei, das wird schon eng. Das wird schon ziemlich schwierig. Wie lange dauert das Update immer? Ein Tag, okay. Auch das dauert nicht mehr so. Also ist jetzt mittlerweile auch schon, dauert auch schon relativ lang. Ja, mal schauen. Naja. Ja, so weit, so gut. Aber sonst, selbst ohne Multimerser, bei mir sieht das echt gut aus. Also mit der Strategie, die ich fahre, und die Mutantenlakeien dauern auch noch 21 Stunden und 15 Minuten. Mit der Strategie, die ich fahre, bin ich wirklich gut unterwegs. Hier, jedes zweite Ding ist ein Sieg, ungefähr. Und das war sogar ohne meinen Multimerser. Und wie gesagt, das hat einen riesen Unterschied gemacht. Davor hatte ich fast alles gewonnen. Bin ja mittlerweile auf 3673 hochgegangen. Und das ist eigentlich ohne Probleme großartig. Meine Base könnte wahrscheinlich sogar auch noch besser sein. Wobei ich die mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so schlecht finde. Ich hatte ja noch die andere Base. Layout bearbeiten. Ja, diese hier. Und ganz ehrlich, die schlägt sich schlechter. Die schlägt sich schlechter. Auch wenn man so eine Base bei vielen immer wieder sieht. Die schlägt sich nicht so gut wie meine Base, die ich jetzt gerade drin habe. Ja, das wollte ich dazu sagen. Ich mache jetzt eben nochmal einen Farmangriff. Einen Farmangriff wollen wir nochmal raushauen. Und dann machen wir natürlich noch den Basebesuch, der jetzt für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben, immer, immer am Ende der Folge stattfindet. Also für die Leute, die unbedingt den Base oder die Base des Tages sehen wollen. Ihr müsst bis zum Ende gucken. Und das ist bewusst von mir so gedacht. Erstens, damit die Leute, die da scharf drauf sind, bis zum Ende gucken und gucken, ob ihre Base vielleicht da ist. Und zweitens, damit die Leute, die es vielleicht nicht sehen wollen, am Anfang nicht skippen müssen, sondern sich das ganz normale Video erstmal reinziehen können. Und dann immer noch sagen können, okay, Base des Tages will ich nicht sehen. Alles klar, ich schalte aus. So ist nämlich die, für mich, deutlich bessere Lösung. Ihr könnt dazu natürlich gerne nochmal eure Meinung reinschreiben. Aber, ja. Und schreibt unbedingt eure Meinung mal zur Overwatch rein. Habt ihr Bock, das zu sehen auf meinem Kanal? Oder eher nicht? Sag dir, das ist was für den Kanal oder eher nicht? Das würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren. Früher war ja auch Harstone ein großes Projekt auf meinem Kanal. Da bin ich aber jetzt mittlerweile raus, weil ganz ehrlich, Harstone ist so ein Ding, da musst du dranbleiben. Wenn du da nicht dranbleibst, dann bringt das einfach nichts. Weil, ähm, da kommen neue Karten raus, äh, und die hast du dann nicht. Und dann kannst du nicht mehr mithalten und so weiter und so fort. So ist es einfach. Und deswegen, Harstone werde ich wahrscheinlich nicht nochmal anfangen, aber Overwatch hab ich irgendwie Bock drauf. Weil das ist einfach ein Shooter, wo du auch ein bisschen länger lebst. Äh, nicht so wie bei Fortnite, wo du dann direkt drauf gehst, wenn dich jemand erwischt. Und selbst wenn du drauf gehst, dann startest du ja direkt wieder. Es geht dann halt da eher darum, äh, die taktischen Ziele zu erreichen, beziehungsweise viele Kills rauszuhauen an den wichtigen Punkten und Positionen. Und, ähm, deswegen, ja, da hab ich irgendwie Bock drauf. Und ich werde mir wahrscheinlich auch noch einen richtigen Shooter gönnen. Ich wollte eigentlich WW2 die ganze Zeit mir holen noch, als richtigen Shooter, äh, um da nochmal meinen Aim so ein bisschen zu trainieren. Aber, WW2, ähm, ist jetzt wieder teurer geworden. Und es war, zum Black Friday hin war das schon mal ganz gut im Angebot. Deswegen will ich da jetzt erstmal noch warten, ob das vielleicht nochmal zu Weihnachten billiger wird. Und erst dann hole ich mir das. Äh, so dringend ist es dann doch nicht, dass ich da jetzt 20 Euro mehr ausgeben muss, als notwendig. So, und ich würde sagen, den Gegner krallen wir uns. Den Gegner krallen wir uns. Definitiv. So, da gehen wir rein. Diesmal mach ich da. Und. Ach, Tage. So, die Luftwaffe ist auch weg. So, und dann machen wir den hier auch nochmal. Ja, komm schon. Ja, los, Queen. Ja, sauber. Und jetzt wird die Queen gekillt, Mann. Seine Queen wird gekillt. Das Problem ist, was ich jetzt gerade habe. Boah, nicht dein Ernst, Alter, dass da drüben auch noch der Luftwäger ist. Oh, und da ist sogar noch ein Tesla. Ja, am besten bringt der den ein... Ja, genau. Bring den ein Lava-Hund noch zum Platzen. Komm schon. Das schaffst du. Ja, sauber. Weil den Damage kann ich noch gebrauchen von den Lava-Hunden. Oh, da ist ja sogar noch ein Bogenschützenturm. Damn. Habe ich auch freundlich geahnt. Ich glaube, das wird hier zeitlich eine sehr, sehr enge Kiste. Die Queen muss sich da auf jeden Fall nochmal anstrengen. Alter, ey. Und immer noch nicht die komplette Death. Also, das war ja mal echt eine ekelige Base. Müssen wir mal gucken, ob das zeitlich noch passt. Ich glaube, das wird relativ eng. Hier mit 100%. Nice. So, also die Base haben wir schon mal. Also, der Loot ist schon mal gesichert. Ja, aber ich glaube, das wird sogar noch. Ja, ja, Mann. Zum Glück ist der eine Lava-Hund noch aufgeplatzt. Das war auch noch ein Max-Lava-Hund. Die Welpen bringen natürlich schon ordentlich was. So. Haben wir uns den Loot geholt. So, sauber. Ja. Dann frage ich nochmal direkt hier an. Truppen schicke ich mal die nächsten rein. Und dann wollen wir natürlich uns noch die Base des Tages ansehen. Wie versprochen. Ich hatte es erwähnt. Und Death ist der Clasher. Und der Clasher ist Level 79 und hat diese Saison die Saison 31 gewonnene Angriffe. Die Base ist leider am Arsch. Blöd gelaufen. Wir können uns die Saison nur nochmal, ja, vielleicht vorstellen, wie sie ungefähr aussieht. Ich würde sagen, die Base sieht nicht so übel aus. Kann man machen. Ähm, Rathaus 8, ne? Ja, Rathaus 8. Ja. Ist jetzt auch nicht so mega gerusht. Die Mauern könnten natürlich ein bisschen besser sein, aber das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Gewonnen Angriff in dieser Saison 31. Das ist auch ganz ordentlich. Dafür, dass die Saison ja noch nicht so alt ist. Gewonnene Kriegssteine 103. Ja, gut. Das könnte mehr sein. Bestes Ergebnis 1913. Auch das könnte natürlich besser sein. Und dann schauen wir uns nochmal seine Night Base an. Hier haben wir eine Meisterhütte 6, die allerdings gerade auf Meisterhütte 7 gebracht wird. Ist auf jeden Fall gut so. Ich predige es ja immer wieder. Rushed ruhig in der Meisterhütte beziehungsweise in der Night Base. Denn das bringt euch nur Vorteile. Ihr habt einfach viel größeren Loot oder viel mehr Beute. Und wenn ihr mehr Beute habt, könnt ihr natürlich dementsprechend eure Base viel schneller nach oben ausbauen. Beziehungsweise viel schneller ausbauen. Deswegen ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Und das kann ich euch nur immer wieder ins Herz legen. Ja, sieht hier soweit ganz gut aus. Hängt natürlich ein ganzes Stück zum Beispiel hinter mir zurück. Aber das hängt auch damit zurück, dass ich gerusht habe in der Night Base. Und es gibt tatsächlich Leute, die sagen, du Rusher, bla bla bla. Aber die haben das Night Base Prinzip noch nicht verstanden. Weil bei der Night Base ist es ein ganz anderes Spielprinzip. Es ist nicht wie in der normalen Base. So von wegen Rusher und hast voll die Nachteile, blibla blub. Nein, totaler Schwachsinn. Weil auch gerade durchs Rushen kriegt ihr doch bessere Einheiten. Ich habe jetzt Einheiten, das kann ein Level 6er, MH7, 6er gar nicht haben. Und natürlich sind meine Angriffe dementsprechend stärker. Außerdem habe ich mehr Loot. Und dadurch ist meine Death besser. Weil hier, guck mal, Brutzler 1, ich habe Brutzler 6. Multimersor 4, ich habe Multimersor 6. Bogenschützentürme sind, glaube ich, gleich. Aber auch bei den Kanonen bin ich hier besser. Zerschmetterer ist bei mir der eine besser. Und auch die Doppelkanone ist bei mir, glaube ich, besser. Ich glaube, die sind auf 6 bei mir. Wenn ich da richtig bin. Joa, die sind auf 6, genau. Ja, ne, die Bogenschützentürme sind sogar auch höher. Und die Riesenkanone habe ich natürlich auch. Die hat man dann halt noch nicht. Ja, also, das Rushen lohnt sich, Leute. Rushed in der Night Base. Ich predige es immer wieder. Ja, Leute, das war es auch mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ist eine etwas andere Folge gewesen. Ich musste halt ein paar Sachen wieder klären. Aber genau dafür sind für mich die Daily, ähm, Clash of Clans Folgen da. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich denke, es ist eigentlich ganz gut, dann da immer mal wieder so ein Update zu geben, wie es aussieht. Was sagt ihr zu Overwatch? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Eure Meinung ist mir wichtig. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bleibt stabil und haut herein. Bis dann. Ciao.